Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Die Unsicherheit im Bankensektor und der bevorstehende Zinsentscheid der FED könnten weiterhin für Volatilität sorgen. Schauen wir mal auf die Charts, den Risikonweis gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Legen wir direkt los, wir gehen rüber in die X-Station und wir fangen mit dem Goldpreis an. Das Edelmetall zieht sich in dieser Woche zurück, nachdem kurzzeitig mal die 2000 Dollar Marke unterschritten wurde. Der 4-Stunden-Chart zeigt uns, dass jetzt zum dritten Mal die wichtige Unterstützung bei 1968 Dollar getestet wird. Letzter Aufwärtsimpuls, Verteidigung und möglicherweise könnte es jetzt einen Bruch geben. Ein Bruch nach unten könnte eine stärkere Gegenbewegung rechtfertigen. Sollte es eine weitere Verteidigung geben, dann könnte der Markt nochmals versuchen, die 1998 Dollar Marke zu knacken. Das ist das April-Hoch von 2022. Die Preise für US-Anleihen sind wieder gefallen. Und zwar wurden die gesamten Gewinne abgegeben und jetzt ist eben auch hier für diese Woche ein Minus zu erkennen. Der Abwärtstrend ist nach wie vor intakt und Erholungsversuche waren immer wieder mal drin. Aber das 50% Retracement scheint eine weitere Erholung zu verhindern. Das ist natürlich auch ein Problem für den Goldpreis. Steigende Anleiherenditen belasten eben den Edelmetallmarkt. Wir gehen rüber zum Euro-Dollar. Das Währungspaar hält sich über der 1,07er Marke und es ist seit einigen Wochen eine leichte Aufwärtstendenz zu erkennen. Das ist der Aufwärtstrend und das Hauptziel der Bullen ist also die 1,1033er Marke. Wichtige Unterstützung gibt es bei 1,0480 und in dieser Woche wird sich entscheiden, ob es eine weitere Annäherung gibt an den Widerstand oder ob es die Möglichkeit gibt auf einen Richtungswechsel. Der DAX hält sich wiederum in einer sehr engen Handelsspanne auf. Das zeigt der 4-Stunden-Chart. Es gibt eine wichtige Widerstandslinie bei 15.278 Punkten, die auch heute Morgen getestet wird. Eine wichtige Unterstützungsmarke gibt es bei 14.698 Punkten. Hier wird sich jetzt eben entscheiden, erneuter Verkaufsdruck oder vielleicht die Möglichkeit, sich weiter zu erholen. In der Vergangenheit gab es auch schon mal den Versuch, nach oben auszubrechen. Das entpuppte sich aber als Fehlausbruch. Lasst gerne einen Daumen da. Mehr Informationen gibt es dann auch noch in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.